wie immer so gut das die EXE in meine volume mixer heißt horror thing I mean it's descriptive oh das Fenster heißt horror thing wir haben kein windowed mode meine Damen und Herren wir haben kein windowed mode static end wast to move a space to go into inspection mode left click to interact right click to inspect scroll to what the fuck okay from here the world looks almost normal beep boop but it's not safe to go out there anymore beep boop and I only have six bullets left what six um oh oh yes excuse me clock das ist ein sehr interessantes poster ein sehr interessantes control controls ich sehe auch chat aktuell gerade nicht ah doch da sehe ich es ist wie first person resident evil tank controls aber meine maus macht nichts außer wenn ich das hier mache ich kann space und ich kann maus okay okay door 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 and in the hallway we find more door fridge there is barely anything in it there is cola hier ist meine cola und die beiden türen klippen ineinander nicht wirklich never mind ich bin echt groß window let's jump erst mal lüften warum fängt die wand an zu bluten tut das no chef da das blut muss der wand hier warum bin ich winzig klein im spiegel bin aber gigantisch in der realität mirror i know that's me but i feel like i can't be sure anymore du bräuchst mal ein bisschen schlaf kollege glaube ich kann das sein ah äh ähm ja faszinier door hell hell rise hellfire hell cooles poster ja du mama vielen Dankeschön haben wir den Balkon Rechner oldschool pc ey ein beiger tower beiger pc also Bildschirm ohne Maus und Tastatur oh mein Gott es ist es ist es ist es ist es ist Caro wenn wir an den Rechner gehen ich liebe dich aber du brauchst mehr Coins maus i'm not going out there okay ok wir haben mehr blut 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 wir haben dachshol style phantom a figure noch anscheinend nichts grumpy cat face will einmal jetzt wasserkocher ich mag jetzt erst ach wer stellt schon sein seine seine in eine richtung so auf dass man fenster schließen kann ohne dass alles durch klippt anfänger 2d milk klo 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 nö passt ich wünsche meine fenster einfach durch den schrank klippen kann ob das so gesund ist kann ich dich öffnen plant klo 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 haben keine gute idee das ist kein blut was da runterkommt das sind so keine ahnung cyber glyphen hallo nachbar na du alles cool danke doch mal für die donate die letzte mal vorbeigebracht hast die waren echt gut muss man das rezept mal geben ja ne ich muss dann wieder gute nacht tschau ich kann doch gerade irgendwie draufklicken oder floating monster i am not getting any closer to it i am though so slash killer schön guten moin wie geht's nein fenster zu bitte close close the window close close the fucking window close yeah i made it nice zu näher gekommen ne extrem warm inzwischen ist es hier in der tat ein bisschen abgekühlt ich habe aber auch die ganze nacht das fenster offen gehabt und ein ventilator am fenster stehen gehabt nooo nicht mein animo poster das sich irgendwie von der wand ab perlt aber die charaktere bleiben irgendwie interessant eine sehr selektive von der wand abperlung in berlin gefühlte 28 grad bei uns ich würde sagen wenn ich jetzt raus gehe haben wir wohl eh so eher so 24 auch nix ne ja join us auge join us auge join us äh die shika der shika clan die join ich auf jeden fall hm ok gaming ich bewege mich automatisch bewege mich automatisch warum das sind drei teufels namen geht da draußen vor sich das ist eigentlich ein cooles szenario so ne 32 alter i can see the truth now nooo yo k ö a 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 Ich habe die Wahrheit gesehen. Die Schieker sind die Lösung zu unserem Problem. Das da wäre, das Lone-in-the-Dark-Monster-Viecher-Kack-Geräte aus der Wand kommen und uns angreifen. Ich habe für zwei Minuten 20 Sekunden darüber nachgedacht, nochmal zu starten und zu gucken, ob das Spiel andere und mehrere Enden hat. Aber weißt du was? Was ich jetzt aus dem Spiel eine Erfahrung rausgenommen habe, war perfekt. Ich fand das sehr cool, sehr interessant und es reicht. Nochmal, das hieß Static End und war für das, was es getan hat, ziemlich cool eigentlich.